Willkommen zu einem weiteren Video in Assassin's Creed Odyssey im Schicksal von Atlantis DLC Falls ihr Bock habt, gerne mal im Livestream vorbeischauen auf Twitch bzw. hier auf YouTube Der Name ist der Sechve und ich würde mich über ein Abo bzw. über ein Like freuen Ihr kennt das ganze Spielchen und damit auch jetzt rein ohne Umschweife und der bursche ja gefühlt gerade gedroht Den haben wir jetzt schön ausgeknipst Ach, sag mal, ich krieg den Schwung hin Ernsthaft So Jetzt haben wir ja nur noch ihn da, ne? Oh, das würde jetzt gerade mir mal richtig schocken Oh, schön von unten, ne? Aber es wird nicht funktionieren Leider Oh, ist das gar kein geilen Sonnenanfall hier Oh, wow Oh, nein Nan, also Has hier eine Möglichkeit Wahrscheinlichkeit? Wenn die nicht alarmiert sind, dann mache ich die aber ganz schön gut fertig, würde ich sagen. So, dann muss ich jetzt da hin, weil da ist ja noch ein Schatz. Dann habe ich Adonis Gärten jetzt auch erfolgreich erobert, eingenommen, wie man es dann möchte. Das Bild gefällt mir nicht so. So, 1, 2, da müssen die Mitte eigentlich irgendwo hier sein, ne? So? Ja, ne? Mal so. So. Obwohl, irgendwie eigentlich auch nicht, ne? Weil ich bis da eigentlich einen Ticken rüber. Damit das besser wirkt. Ja, sieht schon besser aus. Fällig. So. Nein. Wo müssen wir jetzt eigentlich als nächstes hin? So, den haben wir eingenommen. Dann wäre jetzt eigentlich sinnvoll. Ja, aber ich würde gerne jetzt auch hier schon den Marmor machen. Oder? Ach ne, komm. Wir düsen hier hin. Was haben wir eigentlich gerade? Müsste das das sein? Was ist da? Hey. Da muss ich hin. Dann würde ich mal sagen, da hin. Nein, Leute, ich bin nicht wirklich verwirrt, sondern ich überlege ja immer noch eine zwischendurch, ob ich dann doch über einen anderen Point nehmen sollte. Oder doch, einen anderen Point nehmen sollte und so. Und deswegen überlege ich, klingt das so oder wirkt das immer so ein bisschen. Sprich, ich kann mich irgendwie nicht entscheiden gerade. Oder allgemein gerade in dem Bereich. Ich weiß, wir nicht sicher. Oh, wo hast du geschaffen? Oh, Mainmaison ist... Oder wir brauchen wir... Nee. Ja. 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 Und jetzt gucken wir uns das mal hier an. Fester und der drei Schwestern. Ihr wollt mich gerade verohne biebeln, ne? So, da ist keiner mehr. Was habe ich mir angetan? Was habe ich mir gedacht dabei? Kann ich jetzt eigentlich... Mein Problem ist, ich würde die gerne... Oh, warte mal. Hier fällt gerade was anderes ein. Ich würde gerne... Die beiden darf zerstören. Ich habe nur das Gefühl, wenn ich den einen platt mache, kommt der andere dann auch gleich und gegen zwei kämpfen. Wird nicht witzig. Wenn ich mich nicht kämpfen will, darf ich mich nicht sehen lassen. Ja, aber ich muss euch eigentlich platt machen. Oh. Oh. What? Oh, oh. Oh, fuck. Oh, shitty. Ich hab's geahnt. Das Problem ist nur, wenn ich die beiden eigentlich nicht erledige, ne? Dann können die hinterher noch auftauchen. Das ist das Problem. Oh, man. Oh, Mann, oh, Mann, oh, Mann, oh, Mann, oh, Mann, oh, Mann, 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 Mann. Deswegen hab ich's gemacht. Deswegen hab ich grad noch den Schnelltest, äh, den Schnellspeicher gemacht. Weil hätte ich das dann gemacht, dann wäre vielleicht das dann raus verloren gewesen. Das war mal ganz kurzer Kampf. Was ich auch leider nicht verstehe, ist, warum ich hier eigentlich hier keine Spezialfähigkeiten irgendwie die Kraft habe. Wenn man mal versteht, was ich meine. Ich überlege gerade, ob das der sinnvolle Weg war. Aber jetzt verstehe ich das auch, warum es drei Schwestern heißt, ne? Also, was heißt es? Drei Richtungen. What? Ich wollte mich da vorne pippeln. Okay. Ich kann es vielleicht mal an den hier warten. Ich muss ja irgendwie ein Anfang. Oh, nee, ne? Das ist doch wohl nicht wahr. Shit. Look up. Look up, look up, look up. So, der ist da. Okay, ich hätte ihn jetzt... ...leicht angreifen können. Je schneller wir suchen, desto eher schnappen wir sie. Oh, na pewno! Oh, ist das mal? Was willst du sein? Gnädig? Okay. Okay, das Helfedding ist da drüben. Und da nicht hin. Und da nicht hin. Oh, von der Seite hin. Könnte klappen. Oh, und das? Schon mal Wenig Geschafft jetzt muss ich mich nur um den da kümmern dann haben wir so gesehen Den habe ich ja gar nicht auf dem schirm gehabt Vor allem bin ich ja auch immer so geneigt die auch zu bekämpfen Ja Sauer Und auch nur weil die immer ordentlich Kohle Die ganzen Sachen geben Deswegen habe ich Bock Die zu bekämpfen Und ich würde sagen Ich habe gerade den ersten Part Die erste Schwester erledigt Warte mal Ich kann das ja auch anders machen Und einmal so Dann habe ich ja die beiden Boobies hier Dann mache ich das hier Gehe hier zurück Und sage Und sage natürlich Schnellspeichern Dann habe ich das gesaved Dann habe ich zum Beispiel den Arm hier schon gemacht Dann mache ich jetzt noch den hier Und dann den großen Arm So Nenne ich jetzt mal die Oder die ich lerne Und die sind drei Bereichen Und dann will ich mal gleich gucken Äh Ob ich das schaffe Ne